Hey yo, was geht ab Leute, Outperformance ist wieder da mit einem Video zu Destiny. In diesem Video zeige ich euch einen kleinen Trick, wie ihr in dem Zwischenteil der ersten Phase von Axis Munition sparen könnt. Wenn ihr alle Bomben auf die Schieberplatten geworfen habt, dann rennt ihr ganz nach hinten in die Ecke. Wenn jetzt die Schieber kommen, müsst ihr sie nicht eliminieren, da sie euch zwar sehen, euch aber nicht abschießen. So müsst ihr in den Zwischenphasen, wenn die Schieber kommen, nie Munition verschwenden und könnt, während ihr wartet, bis die Schieber verschwinden, beispielsweise eine Munitionssynthese nehmen. Wenn euch dieser kurze Tipp gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Das war's von mir, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Leute.